Mhhh, meine Leute, Sieablen hier. Heute geht's mal darum, dass ich einfach Podcasts liebe. Podcasts sind so eine geniale Idee gewesen. Wer auch immer Podcasts sich ausgedacht hat, der sollte eine fucking Medaille oder sowas bekommen. Das ist so eine geniale Idee. Man setzt einfach ein paar Leute, die sich möglichst noch richtig gut kennen, einfach in einem Raum und sie reden über irgendwelche Themen. Das ist so fucking geil. Das ist so fucking geil. Das ist unglaublich. Wer auch immer das erfunden hat, Junge, I don't know, gib dem Mann ein Haus oder sowas. Das ist so ein gutes Konzept. Man kann einfach easygoing halt einfach irgendwas im Hintergrund haben, ohne die ganze Zeit Musik zu hören. Das ist doch so ein geniales Konzept. Es ist halt vor allem auch noch dank Plattformen wie Anchor und so richtig einfach zu produzieren. Es ist schnell, es auf alle möglichen Plattformen zu bringen, dank RSS-Feeds. Es ist... Wir sind mittlerweile in so einem fucking nochmal goldenen Zeitalter der Podcasts. Es ist simpel, es ist schnell, es gibt so viele Gute. Es ist... Es ist unglaublich. Naja, danke fürs Zuhören. Ich wollte einfach kurz darüber reden, wie genial das ist. Naja, ähm, ne, denk dran, du bist cool. Danke fürs Zuhören. Abonnier mich, dislike mich, end mir meine verfickte Glocke und jetzt... Auf jeden Fall in Zählingein. Auf jeden Fall in Zählingein.